Köln, nicht jeder Besuch bei Bares für Rares endet mit prall gefüllten Taschen. Diese Erfahrung muss auch Stefan Stelzig, 51, machen. Zu allem Übel bleibt er auch noch auf den Reparaturkosten sitzen. Der Verkäufer hat bei seinem Besuch in den heiligen Hallen des Pullheimer Walzwerks ein Gemälde mitgebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück seines Schwiegervaters. Wie er gegenüber Show-Moderator Horst Lichter, 62, verrät. Anschließend ist Albert Mayer gefragt. Der 74-jährige ZDF-Experte erklärt, dass es sich bei dem Objekt um ein Bild von Sophie Harz aus dem Jahr 1846 handelt. Es zeigt einen jungen Inder, der von einem Balkon aus nachdenklich in die Ferne blickt. Wäre das Bild von Kaspar David Friedrich, könne er mit einem Millionenbetrag rechnen, lässt Mayer den Verkäufer wissen. Uns reichen schon ein paar hunderttausend, wirft Lichter bescheiden ein. Bei den genannten Summen bekommt stellt sich natürlich sofort Stilaugen. Er selbst wollte im Vorfeld ebenfalls nichts unversucht lassen, um bei Bares für Rares das ganz große Geld zu machen. Also ließ es das Werk für 1700 Euro reparieren. Ein Fehler. Vor allem mit der Vergoldung des Rahmens ist Mayer so gar nicht einverstanden. Angesichts der miesen Restaurierung mag der Experte dem Kandidatenwunsch nach 4000 Euro nicht nachkommen. Er hält maximal 3000 Euro für möglich. Expertise plötzlich zu wenig. Bares für Rares Kandidat verweigert Verkauf unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Entscheidet sich stellt sich schließlich zähneknirschend dafür, den genannten Wert als Verkaufsgrundlage zu akzeptieren. Von Lichter gibt's dafür die Händlerkarte. Im Händlerraum stößt das Gemälde dann sogar durchaus auf großes Interesse. Allerdings wird die mangelhafte Aufbereitung auch hier kritisch beäugt. Daniel Mayer, 51, kann nicht fassen, dass der Verkäufer dafür 1700 Euro hingeblättert hat. Und auch Susanne Steiger wäre es viel lieber gewesen. Es wäre nicht an dem Originalwerk von Sophie Harz herumgepfuscht worden. Trotzdem gibt die 41-jährige Juwelierin mit 2500 Euro das erste Gebot ab. Und die Summe reicht aus, um alle anderen Kollegen aus dem Rennen zu nehmen. Als Steiger den Studiogast fragt, ob sie ins Geschäft kommen, schallt ihr ein überdeutliches Nein entgegen. Daraufhin legt die Blondine nochmal 500 Euro nach. Doch plötzlich sind auch 3000 Euro nicht mehr genug. Bockig merkt stellt sich an. Dann nehm ich's wieder mit nach Hause. Keine Einwände. Damit ist sein Auftritt beendet. CAPTION D'ALLEN AMBIER